Oh, dieses Wetter, mein Kopf macht es nicht mehr lange mit. Migräne? Au! Ja, und wie! Als würde jemand meinen Schädel zusammenquetschen. Ja, ja, der Luftdruck. Kann eine ganze Menge bewirken. Nicht schon wieder was Neues. Ich brauche jetzt Ruhe. Ich habe Kopfschmerzen. Das mit dem Luftdruck ist nicht neu. Das ist vom alten Gericke. Otto von Gericke, der mit den Halbkugeln? Genau. Vertraute auf Luft und Luftdruck. Baute sogar auch Barometer. Moment, Barometer hatte schon Galileo Galilei. Ja klar, aber Gericke nutzte sie für seine Versuche. Dann kamen die Halbkugeln und dann erst die Theorie. Theorie, Theorie. Nicht schon wieder. Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Druck, Leere. Leere verschlingt die Materie, dachte man damals. Gericke wollte beweisen, dass die Materie in die Leere eindringt. Dazu brauchte er... Einen klaren Kopf brauchte er. Ja, aber vor allem den Beweis, dass man Luft zusammendrücken kann und dass man sie vor allen Dingen auch herausziehen kann. Dass Luft überhaupt einen Druck besitzt, der unterschiedlich beeinflusst werden kann. Druck ist ja da und der lastet voll und ganz auf meinem Schädel. Pass auf. Ja. Und dann öffnete ein kleines Ventil. Und? Pssst. Belüfteten sich die Halbkugeln und fielen ganz leicht auseinander. Oh, schon viel besser.